Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich bin in Minecraft in Filuka unterwegs. Ich bin immer noch hier an der Bauerei am Basteln. In der Zwischenzeit habe ich ein kleines anderes Projekt, eine kleine Bastelei mit Pistons hier angefangen, die ich dann später irgendwann mal, wenn ich sie so hingekriegt habe, wie sie soll, woanders aufbauen werde. Mal kurz zeigen. Einmal so und einmal so. Das ist bis jetzt alles, was sie macht. Das soll dann irgendwann mal ein automatisches Tor werden, was dann da die Zäune nach oben schiebt. Und wenn man es aufmacht, das Loch abdeckt mit was anderem. Aber ich habe ein bisschen Platzprobleme dabei und die Pistons machen nicht ganz das, was ich dachte, dass sie tun. Und ja, das ist aber jetzt gar nicht so wichtig, denn ich bin hier noch beschäftigt. Das Erste, was ich heute machen wollte, ist hier hinten nochmal einen Dropper hinzufügen. Denn wir wollen hier ja auch Splash Potions machen. Und da können wir einfach hier hinten noch so einen Dropper dran fügen. Mal gucken, ob ich das... Das ist ein... Doch, das ist ein Dropper. Gut. Der... Ja, zeigt in die falsche Richtung. So, dann müssen wir uns doch hier mal kurz einen kleinen Schemel hinstellen, auf den wir drauf gehen können. Und dann kann ich bei der Gelegenheit hier auch die Trichter dran machen. Einmal so und da stehe ich dann im Weg. Einmal so. Und da kommt Schießpulver rein, Schwarzpulver. Und dann müssen wir hier noch einmal... Eigentlich könnte ich das hier genau andersrum bauen. Denn für den hier habe ich ja kein Signal von meinem Auswahlschalter. Kriege ich den? Da. Sondern ein Hebel da hinten, den ich jetzt hier noch rüber bringen muss. Einmal so. Und hier oben dann den zweiten Teil. So. Und dieser Hebel da hinten muss diese Fackel ausschalten, damit das zu einer Splash Potion wird. Damit das Schießpulver dem Rezept hinzugefügt wird. Dann ziehen wir das doch mal hier. Gehen wir einfach hier drunter durch. Hier ist jede Menge Platz. Die brauchen wir nicht. Und dann ziehen wir diese Leitung einfach hier nach vorne irgendwo hin. Ich habe hier schon ein Hebelchen dran. Das tut im Moment aber noch nichts. Und das kann eigentlich auch einfach auf die andere Seite. Hier drumherum. Ich kann ja schon mal das ersetzen, da das hier dann doch der endgültige Platz wird. Wo die Brauerei stehen soll. Das hier wird auf jeden Fall schon mal mein Auswahlfeld. So ungefähr. Können wir eigentlich auch den hier mal abnehmen. Und machen da in die Mitte einen grünen. Einmal so. Und dann das wieder da drauf. Den Rahmen und den Pfeil da wieder rein. Dann müsste das eigentlich wieder funktionieren. Jetzt ist Stellung 1. Das heißt, der erste hier ist ausgewählt. Das heißt, da unten. Die kann ich von hier gar nicht sehen, die Fackel. Doch da. Die ist aus. So wie es sein sollte. Gut. Die kann ich dann nochmal beschriften. Und hier daneben. Daneben müssen wir hier mal gucken, wo wir da Platz haben, dass wir problemlos das Signal nach unten wegnehmen können. Ich werde hier ungefähr, denke ich. Das heißt nicht ungefähr, sondern hier ist mein Fußboden. So. Dann wäre eine sinnvolle Höhe für diesen Hebel da. Das kann ich dann also... Hm. Wenn ich das hier so runternehme. Einmal da hin. Den könnte ich austauschen gegen einen Slab. Einmal so. Dann machen wir einmal hier einen Slab hin. Nach da. Die Fackel kommt weg. Die setzen wir einfach einen Block weiter. Und das ist Unfug, weil da komme ich da gar nicht dran. Dann... Ah. Der kriegt jetzt von dem hier natürlich ein Signal. Das geht so also schon mal nicht. Dann... Setzen wir diesen Hebel einen Block weiter hier rüber. Das ist die einfachste Lösung dafür. Einfach da hin. Unser... Irgendwann später zu bauen, dass das umschließende Haus geht ja sowieso bis da dran. Das heißt, das ist kein Problem, wenn ich hier auf dieser Seite auch ein bisschen breiter werde. Und dann nehmen wir einfach... Da lassen wir einfach mal den Slab, weil... Das macht keinen Unterschied. Und hier... Warum habe ich keine Schaufel dabei? Die liegt doch bestimmt im Ender-Jest. Den ich hier irgendwo stehen habe. Jupp, da ist sie. Das geht nämlich eine ganze Ecke schneller, als wenn ich versuche, den Sand mit der bloßen Hand aufzugraben. Dann gehen wir von hier aus. Einfach... Ja, es geht manchmal ein bisschen zu schnell sogar. Einfach hier geradeaus nach hinten durch. Und hier wollen wir hin. Und dann machen wir hier auch Cobblestone draus, weil wir hier überall Cobblestone benutzt haben, um da Redstone drauf zu legen. Wenn wir schon kein durchgängiges Design haben, dann zumindest überall dasselbe nicht durchgängige Design. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, ein weiter wird es noch gehen, aber auf die Ecke kann ich kein... Ah, ist eigentlich egal, wäre nicht auf der Ecke gewesen. Jetzt ist mir der Redstone ausgegangen. Dann holen wir doch hier vorne nochmal ein bisschen was aus der Truhe. Drei Stück. Das sollte erstmal lang für unsere Bedürfnisse... Ah, das ist auch kurz genug. Gut. Dann sollte jetzt im Prinzip unser Rezept soweit fertig sein. Wenn wir hier den... Da können wir eigentlich mal eine Redstone-Lampe drüber setzen, damit man sehen kann, ob das eingeschaltet ist. Ich habe keine hier. Dann holen wir uns ein bisschen Glowstone. Das ist doch sehr angenehm, wenn man so alles, was man so an Materialien hat und brauchen kann, direkt nebendran einfach im Zugriff hat. Das ist sehr hilfreich. Wenn ich könnte, würde ich mir diesen Baumarkt immer neben meine Bauvorhaben stellen. Ist allerdings, wenn man überlegt, ein bisschen aufwendig, jedes Mal so ein Gebäude dahin zu setzen. So, ein kleines Snack zwischendurch. Und dann schalten wir mal hier ein und sagen wir mal, das war jetzt 4 oder 5. Werden wir gleich sehen. Einmal Zutaten bitte. Und dann müsste jetzt hier... Habe ich da wieder irgendwo einen Block hingesetzt, der da nicht hingehört? Oder ist hier irgendwo einer... Welcher sollte es denn sein? Ist hier irgendwas leer? Ich mache erstmal ein Lägerchen. Da streuen nämlich schon wieder irgendwelche Mobs rum. Und dann muss ich mal eben rausfinden, warum einer der Dropper da gerade eben nicht rausgerückt hat, was er rausrücken soll. Vielleicht war zwischendurch wer auf dem Server hier und hat damit gespielt und da ist einer alle. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Was wir zumindest gesehen haben, ist, dass das Schwarzpulver funktioniert. Das ist hier angekommen. Und das ist Stellung 2, 3, 4. Ist das Stellung 4? 1, 2, 3, 4. Gut, dann gucken wir mal in unser Büchlein, was Nummer 4 sein sollte. Das wäre Healing, also die Melone. Und Nummer 4 ist der zweite Dropper hier oben. Da sind Melonen drin. Warum sind die Melonen hier nicht rausgekommen? Da müssen wir doch mal schauen. Hier ist das Signal auch aktiv. Und das ist aus. Warum hat der nicht? Getriggert. Gehe nur nochmal hier hinten hin. Das dürfte eigentlich keine Auswirkungen haben. Hm. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum der nicht. Zumindest sehe ich keinen Grund. Das ist hier auch durchverbunden. Hm. Okay, dann nehmen wir das hier nochmal eben raus. Und drücken nochmal aufs Knöpfchen. Das funktioniert alles soweit. Und da ist die Melone. Da ist mein Glowstone. Und da ist mein... Dann probieren wir das jetzt nochmal. Aha. Okay. Dann wüsste ich doch ganz gerne, wieso das beim ersten Mal nicht funktionieren wollte. Stellen wir es nochmal hier hin. Und dann drücken wir da nochmal drauf. Und da kommt auch alles an, was ankommen soll. Das ist ein bisschen irritierend, muss ich zugeben. Erstmal packen wir mal das hier zurück. Ich war in der Zwischenzeit auch im Nether unterwegs und wollte mir ein paar Gastränen zusammen sammeln. Eine habe ich auch geschafft. Was aber viel spannender ist, viel netter ist und viel mehr bringt, ist, ich habe es tatsächlich geschafft, drei Wizard-Skelettschädel innerhalb von einer relativ kurzen Zeit sogar zu kriegen. Das heißt, irgendwann, demnächst gibt es dann auch mal wieder einen Wizard zu erschlagen. Aber, ja, das werde ich vermutlich nicht alleine machen. Das ist nämlich nicht ganz ungefährlich. Die Leitung lege ich vielleicht nochmal woanders hin, wenn sie mir im Weg ist. Da müssen wir dann mal schauen, wann einer, zwei, mehrere von den Mitspielern Zeit und Lust haben. Aber, das war der Teil. Das heißt, wir haben jetzt alle Zutaten, die wir haben wollen, für alle verschiedenen Tränke, die wir bauen können, machen können, zusammen. Die landen an dieser Stelle. Das heißt, hier kommt dann der Baustand hin. Der kriegt von der Seite, ich habe die alle hier. Unfug. Dann können wir hier nochmal eben eine Truhe bauen. Ja, wenn ich denn die richtigen Quadrate treffen würde. Der kriegt hier von der Seite dann eine Truhe, einen Trichter und eine Truhe. Von der kommen die Glasflaschen, die Wasserflaschen. Die muss man dann auffüllen. Und nach unten weg, kriegt er auch einen Trichter. Und der ist dafür da, die fertigen Tränke rauszuholen. So, machen wir erst mal so. Eigentlich möchte ich die relativ weit hier rüber bringen. Ja, das können wir eigentlich hier. Machen wir mal so. Na, ups. Eine Kette aus Trichtern, die das dann weiter transportiert. Der hier soll ja aber nur was rausnehmen aus dem Hopper, wenn der fertig gebraut hat. Und deswegen blockieren wir den erstmal mit einer Fackel. Und der Fackel da, gut, der ist über. Den können wir da wegnehmen. Der müssen wir dann ja ein Signal geben. Und das machen wir. Warum ist eigentlich dieser Block hier weg? Habe ich den gerade weggenommen? Setzen wir den da doch einfach mal wieder hin. Da kommt der Braustand hin. Dieses Signal geben wir mithilfe einer Uhr. Mit einer Hopper-Klock. Die baue ich hier unten drunter. Auch ein Grund, warum ich da oben überall Korbelstone verwendet habe. Denn der Sand fällt leider, wenn man unter ihm den Block wegnimmt. So, das müsste, machen wir es noch einen Block tiefer. Machen wir es zwei Blöcke tiefer. Dann können wir nämlich den Boden mit Korbelstone auffüllen. So. Ungefähr hier so. Der zweite Effekt, den diese Uhr hat, die ich hier jetzt hinbaue, ist, die kann ich benutzen. Um anzuzeigen, dass gerade gebraut wird. Und um zu verhindern, dass man hier ein zweites Mal draufdrücken kann. Und damit dann einen Haufen Zutaten da noch reinschmeißt, die man eventuell gar nicht haben will. Das heißt, wir nehmen diesen Knopf hier. Das war jetzt Unfug. Das ist genau das, was ich meine. Ich habe zweimal kurz hintereinander drauf gedrückt. Und damit kriege ich dann zweimal Material. Ah ja, ich hatte den Hebel umgelegt. Es gibt kein Schießpulver jetzt. Da kommt dann also zweimal das an. Da kommen zweimal die Zutaten an. Und das bedeutet, dass spätestens nach dem ersten Mal ein Netherboard der Braustand stehen bleibt und nicht weiter braut. Deswegen. Blödsinn. Blödsinn. Blödsinn habe ich hier. Der ist da drin. Die muss ich dann auch nochmal beschriften. Da kommen dann natürlich auch noch Truhen drauf. Und hier unten Truhen dran mit Vorrat, damit man da nicht so oft nachfüllen muss und nicht so oft nachgucken muss. Aber ich wollte hier den Knopf wegnehmen. Und dann können wir hier auch mal den hier wegnehmen. Den Knopf setzen wir jetzt nämlich woanders hin. Das können wir dann eventuell umsetzen hier. Das ist auf jeden Fall unser Eingang für die ganzen Zutaten da. Den Knopf zum jetzt aber losbrauen. Den setzen wir. Können wir den direkt hier neben setzen. Haben wir hier den Platz. Hier haben wir den Platz. Den setzen wir direkt hier daneben. Na, da haben wir einen Block Abstand. Dann setzen wir den hier auch mit einem Block Abstand. Einmal hier hin. Da kommt er raus. Knöpfchen dran. Und dann wollen wir dieses Signal, was da aus dem Knopf kommt, nach hier unten haben. Das geht da oben. Das holen wir uns hier. Einmal so runter. Und dann ist mir das eigentlich noch ein bisschen zu eng. Was kann davon weg? Der kann weg. Und hier können wir uns noch ein bisschen Platz schaffen. So. Da wird es schon wieder Nacht. Dann gehe ich mal eben den Sand wegbringen, den ich jetzt nicht mehr brauche. Und bei der Gelegenheit noch ein Knickerchen machen. Einmal hier. Und den brauchen wir auch nicht mehr. Erstmal nicht. Ist es schon spät genug für ein Knickerchen? Ja. Sollte klappen. Gut. Dann brauchen wir jetzt für eine Hopper Clock. Die muss. Wir haben maximal vier Zutaten. Pro Zutat brauchen wir 20 Sekunden. Kleinen Snack zwischendurch. An Brauzeit. Ich meine 20 Sekunden braucht er. Also sind es 80 Sekunden insgesamt. Plus sagen wir 10 Sekunden Sicherheit für das Zeugs muss hier durch die ganze Hopper Warteschlange laufen. Dann haben wir 90 Sekunden. Ein Item in der Hopper Clock sind 0,8 Sekunden. Also brauche ich 100 für 80. Sagen wir 120 wären 96 Sekunden. Zwei Stacks. Ist eine gute Anzahl. Für so eine Hopper Clock brauche ich Sticky Pistons. Und zwar zwei. Einen brauche ich gleich noch für den Pulsformer. Einmal so. Dann brauchen wir einen Block Redstone. Hopper haben wir. Dann brauchen wir außerdem noch zwei Komparatoren. Ah, die habe ich alles da. Ich habe kein, habe ich kein Smoothstone mehr hier. Doch. War ich mir doch ziemlich sicher, dass ich hier welchen hatte. Dann haben wir eigentlich alles. Kann ich irgendwas beiseite tun? Das meiste brauche ich noch in irgendeiner Form. Dann haben wir hier einmal den Pulsformer, damit wir aus unserem Knopf da oben eine definierte Länge an Impuls haben. Dann, das gehen wir mal, nehmen wir das hier noch weg. Und so, komm. Dann eben so. So, damit gehen wir mal, gehen wir nach hinten raus. Zwei Tick lang. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein definiertes Signal. Was da rauskommt und mit dem wollen wir dann auch da oben hin. Allerdings, wo setze ich sie am besten hin? Muss ich hier eventuell noch ein? Ich gehe mal hier noch einen Block weiter raus. Denn das soll nur angehen, wenn die Uhr nicht läuft. Die Uhr, die bauen wir mal hier hin. Ich brauche hier einen Block mehr. Kann ich die, die unteren, die brauche ich. Alles klar. Dann müssen wir das so machen. So. Das ist dieses Signal. Dann haben wir hier einmal einmal, einmal so und einmal so. Nein. Das war Unfug. Einmal so und einmal so. Und in die Mitte kommen zwei Hopper. Hoppa. Da ein Wettstum drauf und der verbindet zu dem. Das soll er nicht. Doch, das soll er. Ha. Da kommen wir sofort zu. einmal sticky piston und noch mal sticky. Piston hier oben. Da sollst du gar nicht hin. Du sollst hier da vor. Genau da. und einmal den. Und dann setzen wir den da ran und der ist eigentlich das muss ich mir gleich angucken. Da machen wir erstmal jetzt mal ein Stack. Da kann ich zeigen, wie die funktioniert. Diese Uhr funktioniert folgendermaßen, dass die die Items, die hier drin sind, in den anderen Hopper schieben und wenn die da durch sind, geht dieser Komparator aus. Das heißt, der hier zieht sich zurück. Dann merkt dieser Piston, auch dieser Komparator ist an. Hier ist ja ein Signal drauf und schiebt sich darüber und schiebt die Items zurück in diesen Hopper. Und dann bleibt die Uhr stehen. Dann ist der hier aus. Das heißt, wir haben einmal das Signal, aber das ist dauerhaft an. Das ist eigentlich nicht das, was wir Moment, das ist nicht das, was passieren sollte gerade. Warum bleibt die nicht stehen? Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Eigentlich ist das genau das Design, was die haben sollte. Warum bleibst du denn nicht beim letzten Item stehen? Da muss ich jetzt mal drauf achten, was sie macht. so. Okay. Das machen wir ganz einfach. So eine habe ich schon mal gebaut. Da fahre ich jetzt einfach mal in den Keller. Ich habe bestimmt eine Card dabei. Da fahre ich jetzt einfach mal in den Keller. Da steht nämlich so eine. und dann gucke ich mal, warum die im Keller funktioniert und die hier nicht, weil eigentlich sieht die genauso aus. Die Idee dahinter ist, dass ich damit dann zum einen ein Lämpchen haben kann, was mir anzeigt, hey, im Moment wird hier noch gebraut. Und zum anderen kann ich das Ausgangssignal dieser Uhr benutzen, um zu sagen, wenn die an ist, wenn die läuft, dann keinen zweiten Brau-Vorgang starten. Dazu, ups, ein Card zu. Ja, die Strecke ist so gebaut, dass ein Card, ein unbenutztes, ein leeres Card bis zum Ende durchläuft. Das hole ich mir dann später aus dem Baumarkt ab. hier habe ich nämlich genauso eine Uhr hier oben, die die Zeit regelt, in der das da geflutet wird. Und das ist sticky pistons. das ist das Problem. Gut. Den Fehler haben wir ja schnell gefunden. Dann gehe ich mal mein Card einfangen. Das ist jetzt hier oben. Oh. Oder so. Stimmt, das Card ist leer, das wird automatisch wieder runter geschickt. Na, jetzt bin ich schon zu Fuß los. Da oben ist eine Schaltung, die erkennt, ob ein Card etwas enthält oder nicht. Und wenn ein Card nichts enthält, dann schiebt es das hier wieder runter. Da hätte ich eigentlich dran denken können. Also, mein Problem bei der Uhr da oben ist, dass ich da Sticky Pistons genommen habe und keine normalen. Das heißt, dass jede Piston Bewegung den Redstone Block verschiebt. Und das soll sie eigentlich nicht. Die soll eigentlich die zweite Bewegung dann nicht mehr mitmachen. Und das macht sie nicht, wenn das normale Pistons sind. Also bauen wir uns eben mal schnell zwei normale Pistons. Ja, alles dabei, was ich dazu brauche. Und tauschen die aus. einmal einmal so. Und dann sollte das auch funktionieren. Da wird es schon wieder Nacht. Dann machen wir, bevor wir die austauschen, nochmal eben schnell ein in die Küche. Und dann können wir frisch ausgeruht unsere Uhr reparieren. So. Da geht sie immer noch fleißig hin und her. Das kann man dann tatsächlich verwenden als Uhr, die gar nicht stehen bleibt. Und du kommst nochmal wieder her. Wenn wir hier stattdessen einmal so. Kleinen Snack zwischendurch. Dann bleiben die nämlich da stehen. Bis ich hier auf dieser Seite ein Impuls drauf gebe. Ich glaube jetzt ist das Problem. So. Lassen wir sie einmal durchlaufen, damit sie sich selber zurücksetzt. Denn eigentlich sollte der Ausgang hier hinten null sein. Das ganze Prinzip hängt damit zusammen, dass diese Pistons quasi ein bisschen vergesslich sind. Das heißt, die können hier zwar ein Redstone Signal haben, aber sie reagieren da nicht drauf. Das Ganze nennt sich Block Update und die ist jetzt genau falsch rum eigentlich eigentlich ja 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 einmal so und einmal das hier her und dann den dahin und die hier rein und dann einmal hier jetzt und drauf und jetzt sollte die Uhr gleich stehen bleiben das heißt einmal noch zurückschalten hier und dann diesen Teil ausschalten und hier dann muss ich meinen Trigger da auf die andere Seite setzen so die spielt noch nicht ganz so mit mir wie sie eigentlich mit mir spielen sollte ich könnte ja eigentlich auch mal ein paar weniger Blöcke hier reintun dann geht das ein bisschen schneller und jetzt hätte der eigentlich aber warum nicht warum hast du kein Update gemacht eigentlich so hättest du hier zurückschieben sollen und ich nehme noch mal ein paar weg und dann reagiert der nicht aber warum reagiert der nicht wenn ich jetzt hier einmal okay das funktioniert soweit den kann ich einmal triggern damit und wenn der dann fertig ist dann fährt nur der zurück und der andere nicht das sollte so nicht sein und ich kann im Moment noch nicht ganz nachvollziehen warum das so ist da ist ist das so eine so eine südwest geschichte dass das nur einmal so dass das an der ausrichtung liegt weil die andere uhr unten ist quer zu dieser die ist in einer anderen richtung und minecraft hat gerne mal so eigen arten die nur in einer bestimmten richtung funktionieren und dann bleibt es dastehen und er zieht nur den zurück und den anderen gut da muss ich doch nochmal genauer nachgucken das muss ich ehrlich gestehen das weiß ich jetzt im Moment gerade nicht das Geheimnis werde ich in der nächsten Folge lüften bis dahin sage ich danke gewiss zuschauen und bis zum nächsten mal